Was haben Sie vor, Francesca? Ich muss nach Washington. Ich fahr zum Starnberger See. Wenn Sie Lust haben, können Sie mitkommen. Danke. Ich nehme an, Sie wollen mir keine Fragen beantworten. Jetzt nicht. Ich bin auch nicht neugierig. Hier ist die Karte. Ja, schon gut. Die nehme ich auch. Hier. 445 Mark, bitte. Dankeschön. Wiedersehen. Er steht seit Wochen auf der Bestsellerliste. Die Amerikaner wollen ihn verfilmen. Er ist mit Elsa Morandi verheiratet. Wer ist Elsa Morandi? Und heben Sie denn? Der Mond? Sie ist schön. Sind Sie das? Was steht denn drunter? Sie sind auf den Bahamas gewesen. Der Playboy, Charlie Seibert, 34. Idioten. Ich bin 33. 33. 33. Hahaha. Hahaha. Das war's. Denken Sie sich in die Sonne, ich hole Ihnen was zu trinken. Was ist das? Wodka Martini. Ich möchte aber lieber eine Coca-Cola. Sie haben den Eisschrank nicht nachgefüllt. Sie sind wahrscheinlich zum Segeln gegangen. Ich bin der Eisschrank. Ich bin's, Charlie. Moment. Komm rein. Evers, Meister. Elsa wartet schon den ganzen Morgen auf dich. Ah, das sehe ich. Du wirst immer schöner. Du wirst immer schöner.